Die Rettung naht halt hier sowas. Okay. Alarm! Chemische Zusammensetzung entdeckt. Wahrscheinlich entzündlich. Untersuchung empfohlen. Bestätigt. Es ist tatsächlich Napalm. Bei diesen Mengen ließen Sie vorhaben, das ganze Depot niederzubrennen. Es wird nicht nur die gesamte JTF-Versorgungskette zerstört. Niemand in dieser Zellstadt wird diese Geschichte überleben. Wir müssen sie aufhalten. Na toll. Chemie-Schleuder, Napalm. Super. Ah, praktisch. Leute, ich will schon, dass sie tolle Pfeile sind. Hüpp. So. Er ist weg. Hä? Ach, da hinten. Das war. Shit. Äh, wo ist die D10? Niemals was. Na, komm. Na, jetzt steht auch schon geschickt. Das war ja auch. Das war. Alter, voll doch. Machen die das auch. Gut. Da rein. Geile Mission. Richtig geil. Ah, ist mein Auge juckt. So, gut. Weiter geht's. Äh, da. Hier hoch. Alles klar. Alles klar. Ansteuerung. Ah, ja. Bam. Oh. 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 So. Na. Hat es bald. Ach. So. Weißerlich. Und Baller. Auf die Entfernung. Lasch mal näher hin. Gut. Ah, geht nicht. Da lang. Gut, da ist jetzt auch mal nicht weg. Na. Okay, Agent. Eine Einsatzgruppe von Sarah und JTF steht bereit, sobald sie die Lage im Griff haben. Sie werden Proben von allen Flüchtlingen nehmen, die sie finden. Medizinisches Personal? Ein paar Rettungssanitäter sind dabei, ja. Ein paar? Also, etwas frei. Die anderen können erste Hilfe leisten. Sie wissen, wie man eine Vene findet. Also los, Agent. Ohne die Proben zu kontrollieren, was ich. Ha. Oder sich zu infizieren. Ja. Ich will das mal dran. Aua. Danke, Doktor. Also los, Agent. An. Keine gute Idee. Gut, der ist alt. So. So. Hier, Patel. Wir hören Sie, Doktor. Ah, Lieutenant. Gut. Hören Sie. Ich brauche zu jeder Probe Daten über den Spender. Alter, Geschlecht, ethnische Gruppe, allgemeiner Gesundheitszustand auf einer Skala von 1 bis 10. Dann beschriften und sammeln wir die Proben nach... Entschuldigung, Doktor. Aber vielleicht kann das warten, bis die Obsensation abgeschlossen ist. Der will kein Vertrauen in ihre Zahl... Krass. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Aufgabe. Lieutenant, funken Sie Dr. Candle an, sobald das Gebiet sich ändert. Ja, Ma'am. Keine Sorge, Doktor. Wir kriegen das schon hin. Hoffentlich bald. Es geht ja auch nur um das Überleben der gesamten Menschheit. Verstanden, Doc. Verteil Ende. Äh, Muni, 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 die da. So, hier haben wir auch nochmal was. Aber auch nice, wer verteilt hier die ganzen Munitionskästchen da. Hier, da, hier. Ihr kennt die aktuelle Lage. Für diese Leute ist es zu spät. Sie sind tot. Jeder einzelne verliebt. Aber es ist noch nicht zu spät für uns. Und wenn wir das tun, dann vielleicht auch nicht für den Rest des Landes. So. Also an die Arbeit. Okay. Gut. Gut. Alles klar. Alles klar. Warte, wie es ist. Da ist ein normaler Nemo. So. Genau. So. Na? Au. So. Ach, da ist noch einer. Okay. Passt. So. So. Ah. So. 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 so haha ok Das war jetzt erst mal das. So, wir müssen da lang. Gehen wir jetzt hier rein, ja, ne? Ah. Pöp. Agent, falls Sie den Kran steuern können, setzen Sie den Tank an einem sicheren Ort ab. Ah, Telefonaufzeichnung. Ja, komm, ich hab ihn nicht hin. Ne, wahrscheinlich auch nach der Mission. Will mir das scheinen, weil hier können wir sich abseilen. Äh, hier oder was? Ja. Gott. Hä? Ach da. Oh ja. Das hätte gewaltig kaputt gemacht. Jupp. Das müsste reichen, Agent. Gut gemacht. Ja, gut gemacht. Also, Probenteam. Wie ich schon sagte, die Blutproben müssen beschriftet und archiviert werden, damit wir die wesentlichen Faktoren ermitteln können. Wechseln wir auf einen anderen Kanal, damit wir den Agenten nicht langweilen. So, hopp. Da hinten. Ja, ich gucke ich nicht hin. Doch, da. Jupp. Ja. Sehr schön. Und diese Zwangsaussiedlungen, diese Dark Zone, was steckt dahinter? Zu dem Thema gab es bereits eine Pressekonferenz. Gut. Was machen wir denn jetzt? Alles andere ist streng geheim und ich kann nicht. Sie bleiben also dabei, dass es sich um eine Art Entseuchungsprozedur handelt? Es ist eine heikle Situation, die wir pragmatisch behandeln müssen. Zu C4, so hat es einen Platz gehen. Hey, die Vergleichsdaten, die Sie vom Bahngeländer haben, von den Flüchtlingen meine ich, bereiten uns einiges Kopfzerbrechen. Ich habe einen Bericht für Sie in die Datenbank hochgeladen. Gut. Wunderbar. Dann geben wir doch deinen. Nächstes Handy, ich fahre aus, vorgeschalten. Perfekt, perfekt, perfekt. Können wir abkürzen hier. Ja, kurz vor Level 9. Auch nicht schlecht. Jo, jo, wunderbar. Sie müssten nah dran sein, Agent. Aufgepasst, Agent. Ich habe etwas Wichtiges für Sie. Ja. Später. So. Zack. Safehouse entsperrt. Gute Arbeit, Agent. Danke. Äh, so, was war das hier? Kappenaktualisierung. Dä, 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 dä. Hat sie, ja, genau, flop, 100%, sehr schön. So, geh mal bitte deine Dinger her. Danke, gell. Sie freuen sich garantiert, ebenso. Und Muni. Auf der Suche nach was Bestimmtem? Spielersuche Lager, nö. Ich kann also bestens verstehen, was ich gerade durchmache. So, alles klar. Was haben wir denn jetzt? Hier nehmen wir hier nochmal neue Nebeneinsätze. Ähm. Was ist das da oben? Oh, 14. Nope. Das scheidet erstmal aus. Das hier ist was? 10 bis 13. Und das hier ist... Du meinst, Hilfe? 15 bis 9. Aha. Schwierigkeit normal. Das ist keine Hilfe, Baby. Hä? Scheiße. Ich glaub, da draußen ist jemand. Du meinst. Nehmen wir den auch noch mit, ne? Das kleine Wiesel hat sich ein paar Kaufhäuser zur Verbreitung seiner Überraschung auf. Gut, dann gehen wir uns mal da hin. Und dann machen wir uns hier... Ach, ne, warte mal. Nebeneinsatz zur Operationsbasis zurückkehren. Okay, das ist klar. Dann machen wir uns jetzt einfach mal aus der Blitzreise hin. Machen wir uns mal da, Blitzreise hin. Und... Spezialisiert und überlegen bis hin zu High-End. Okay. Genau. Wenn wir dann da sind... Ja, zur Operationsbasis zurück. Jetzt ist das Ding auch gleich abgeschlossen. Können wir eigentlich da oben zu dem Safehouse, das ist auch noch schnell frei schalten. Und dann weiter auch gleich zur nächsten Mission, würde ich mal ein. Machen wir das auch nochmal mit hier. Ein medizinischer Flügel weitermachen. Äh. Ja. Mal schauen. Müssen wir nur noch fertig werden mit Laden. Pop, 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 pop. Ja. CV ist natürlich auch nicht schlecht. Blitzreise dahin. Plus zusätzliche Nebenmissionen zum Anlocken. Jede Menge zu tun hier. Oh Mann, also das hier wird jetzt schon die Spielstunden noch bisher nichts groß erreicht, sag ich jetzt mal. Äh, what the fuck? Ja, hier. Oh Mann. Oh Mann. Gut. Malzinnischer Flügel geht noch mal was. Mehr zum Ausbauen. Oh Mann. Lauf. Danke. Hey, was darf sein? Jaß. Alles klar. Hä? So, das nehmen wir auch gleich mal. Aber hier jetzt erstmal, ne? Einmal ausbauen. Mal gucken, was wir hier machen können. Oh, das Virenlabor geht auch schon. Setz einen Hilfsposter ab, der verbundete, äh, verbundete, verbündete Halt und ausgeschaltete Verbündete wiederbeleben kann. Ha, Quarantäne. Intensivstation, Defibrillator, Überdosis. Okay. Ha. Ja doch, was war das hier, ne? Würde ich meinen. Ja, ist auch das Teuerste. Ja, nehmen wir definitiv das. Ist wie ein Labor. Flöp. Sehr schön. So, ist es da hinten anscheinend? Ne? Da. Doch nicht. Wo ist denn das jetzt? Das ist wie ein Labor. Oh, ich weiß doch, dass Sie das interessiert. Äh. Wo ist hier jetzt meine Klinik? Ne. Ha. Gefahrengut. Beratung. Kinderkartenpflege. Ach, Mann. Ah, hier. Ja. Ich hab mein Viruslabor. Endlich genug Ausrüstung und Personal, um richtige Analysen durchzuführen. Das verdanken wir Ihnen, Agent. So, hier haben wir mal einen neuen Bericht. Was einen Virus tödlich macht, ist Wandlungsfähigkeit. Durch eine schnelle Mutation wehrt es sich effizient gegen Antikörper. Oh, okay. Da werde ich mal vorschlagen, mache ich das hier erst dann, wenn wir hier komplett fertig sind. Dass wir da gleichzeitig alle anhören können. Ja. Abgestürzte Drohnen. Okay. Hä. Na ja, die Mission haben wir schon. Und. Ah, ist voll. Okay, wir sehen uns. Gut. Zum Safehouse in den Hudson Yards gehen. Das durfte ja, glaube ich, Eddie gewesen sein, ne? Das hier. Ne, was ist was anderes? Egal. Machen wir uns raus, das. Ja. Ist aber wirklich im Näher. So. Mal schauen. Safehouse. Nice, 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 nice. Geht alles voran hier. Ach, ich glaube, das wird jetzt die erste Folge ohne Trophy. Naja. Für ein paar coole Sachen lohnt es sich. Stoff entdeckt. Okay. Eine einfache Risikogewinnrechner. Virusforschung. Okay. Ja, kommen wir hier auch dann noch hin. Durch die Neemissionen vom Safehouse. Ha.